Leute, in diesem Video möchte ich noch einmal klarstellen, wie es um das Thema Cross-Progression steht. Ich habe gestern in die neue Season reingestreamt auf Twitch und YouTube und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich hunderte Male die Frage gestellt bekommen habe, in beiden Chats zusammen, was ist mit Cross-Progression, da ist noch nichts passiert. Ich habe es alle fünf Minuten gefühlt erklärt und ich möchte euch gleich nochmal ein Statement zeigen, offiziell von Respawn, wie es weitergeht. Es ist da, es kommt, ich zeige euch gleich, was los ist. Zunächst möchte ich auf jeden Fall klarstellen, dieses Video wird natürlich präsentiert, nochmals vom EA Creator Network. Ich möchte nämlich die erste Verlosung vom Patch Notes Video auflösen und starte in diesem Video auch die zweite Verlosung. In diesem Video gibt es 1000 Coins zu gewinnen, den Gewinner zeige ich euch am Ende des Videos und für dieses Video startet die Verlosung von 6700 Apex Coins. Jetzt fangen wir aber erst mal an mit Cross-Progression. Was habe ich gestern meiner Community erzählt? Cross-Progression wird in Wellen ausgerollt, Schritt für Schritt, wahrscheinlich regional, Land für Land, Kontinent für Kontinent, genau kann ich es nicht sagen. Es wird auf jeden Fall nicht weltweit gleichzeitig ausgerollt. Der Grund ist einfach, um eine gewisse Stabilität zu gewährleisten. Ansonsten werden es Millionen Spieler, die zeitgleich versuchen, sämtliche Accounts irgendwie zusammenzumergen und das könnte zu einer mittelmäßigen Katastrophe führen. Also Cross-Progression wird schrittweise eingeführt. Wenn sie das Pop-Up nicht sofort erhalten, geraten sie nicht in Panik. Die Spieler werden im Laufe der Zeit schrittweise eingesetzt. Die Spieler werden im Laufe der Zeit schrittweise eingesetzt, um die Stabilität zu gewährleisten. Komische Übersetzung. Also Fakt ist, es kommt Schritt für Schritt und ganz, ganz wichtig. Es gibt Leute, die sind irgendwie in Panik geraten, haben ihren Account nochmal von ihrem EA-Account entknüpft und wieder verknüpft und hin und her und hast sie nicht gesehen. Das bringt alles nichts. Ihr werdet ganz wichtig. Ihr werdet automatisch dazu aufgefordert, Cross-Progression zu aktivieren. Das Pop-Up-Fenster kommt irgendwann von alleine. Ihr könnt es quasi nicht manuell triggern. Das funktioniert nicht. Ihr könnt nicht irgendwo ins Menü gehen und nach dem Reiter Cross-Progression suchen und aktivieren. Das funktioniert nicht. Das passiert von ganz alleine. Es wird wohl in Wellen ein paar Tage oder ein paar Wochen dauern, so wie ich es gelesen habe. Also bitte ein wenig Geduld. Es ist auf dem Weg. Und von mir aus halte ich auch euch da gerne auf dem Laufenden, wenn ich mehr weiß, wann es in Deutschland soweit ist. Aber ich denke mal, allzu lange werden wir nicht mehr warten. Und herzlichen Glückwunsch an Jojo S. oder Joe Smoke. Er hat die ersten 1000 Coins für die Verlosung gewonnen. Und wer, Jojo natürlich nicht vergessen, auf Instagram schreibst du mir. Ich schreibe dir zurück. Ich prüfe, ob du du bist. Und dann bekommst du in den nächsten Tagen auf jeden Fall deine 1000 Apex Coins für die Playstation. Und wenn ihr mitmachen wollt und gewinnen wollt, ganz wichtig, diesen Kanal abonnieren. Optional ein Daumen hoch und ein Kommentar hinterlassen. Ganz, ganz wichtig. Schreibt gerne rein, wie war euer Start in die neue Season. War es eine Katastrophe? Wie findet ihr die neue Season? Optional. Mich interessiert es einfach. Aber ganz wichtig. Ihr müsst das Codewort Coins reinschreiben, damit der Zufallsgenerator euch zieht. Und vergesst nicht, welche Plattform, damit ich weiß, welchen Code ich bei EA anfordern muss. Playstation, Xbox, PC oder Switch. Und natürlich solltet ihr Instagram besitzen, damit ich euch auch anschreiben kann. Beziehungsweise ihr zuerst mich, ich dann euch und so weiter und so fort. Leute, ihr wisst jetzt Bescheid. Morgen zum Donnerstag, den 2. November, müsste es nochmal ein Exklusivvideo um 16 Uhr geben. Vielleicht auch erst 18 Uhr. Lasst euch mal überraschen. Dort werde ich dann aber keinen Gewinner ziehen. Ich möchte zwischen den einzelnen Verlosungen einfach um die 48 Stunden vergehen lassen, damit die Leute genug Zeit haben, an der Verlosung auch mitzumachen. Leute, ihr wisst also Bescheid. Ich wünsche euch noch eine schöne Season, einen schönen Season-Start. Ja, ich verbleibe mit freundlichen Grüßen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.